Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Finch Asozial, Finch's Love Tape. Der ostdeutsche Hesselhoff meldet sich zurück. Das letzte Album von Finch Asozial, The Off Disco, erschien im März 2019. Knapp ein Jahr später kommt nun Album Nummer 2. Finch's Love Tape beinhaltet 14 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Little Big und Lucy Cat. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als CD und auch als Box. Chisus, Chisus. Das letzte Release von Chisus, Wolke 7, kam im Mai 2018. Jetzt ist es an der Zeit für das dritte Soloalbum des Hamburgers. Chisus kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Bones MC, Rav Camorra und Saphir. Das Album kommt über 187 Straßenbande und erscheint als CD und auch als Box. Chakusa, Heavy Rain. Im Oktober 2019 erschien mit Magnolia X das letzte Release von Chakusa. Nicht einmal ein halbes Jahr später kommt nun mit Heavy Rain ein neues Album des Österreichers. Heavy Rain beinhaltet 14 Tracks und kommt mit Features von Mark Sloan und Martin Kautz. Das Release kommt über iGroove und erscheint als Box. Ciamule, LSD. Der junge Newcomer veröffentlichte im März 2019 seine EP Nino. Knapp ein Jahr danach kommt nun mit LSD sein Debütalbum. Der Albumtitel steht für Love's Sex Dreams. LSD kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Crow, Enno und Luciano. Das Album kommt über Life is Pain und erscheint als Box. Prinz Porno mit Abstand. Prinz Porno ist der zweite Künstlername von Prinz Pi. Das letzte Album von Prinz Porno, PP ist gleich MC Quadrat, kam im Januar 2015. In der Zwischenzeit releasete der Rapper diverse Alben als Prinz Pi. Nun wird der Berliner erstmals zwei Alben parallel veröffentlichen. Eines als Pi und eines als Porno. Mit Abstand beinhaltet 13 Tracks und kommt unter anderem mit Features von Cass, Manuelsen und Samra. Das Album kommt über Keine Liebe Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Rico Rückbank EP. Rico ist ein Berliner Rapper mit vietnamesischen Wurzeln. Schon 2010 war er bei Contra Ks damaligem Label DPK Records aktiv. Nach mehreren Jahren gemeinsam auf Tour landet er mittlerweile bei Contra Ks neu gegründetem Label Tag 1er Records. Rückbank kommt mit neun Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Fatal, Yoshimitsu und Contra K. Die EP kommt über Tag 1er Records und erscheint als CD. Prinz Pi, wahre Legenden. Prinz Pi gehört zu den Urgesteinen der Berliner Rap-Szene. Das letzte Album, Nichts war umsonst, erschien im November 2017. Jetzt kommt sein 15. Soloalbum. Wahre Legenden beinhaltet 17 Tracks, Features kommen von Nessie und Raph Camora. Das Album kommt über keine liebe Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.